Ich kenne den Herrn Ursu schon seit vielen Jahren, seit ich hier in Gürlitz wohne. Er hat den Seniorenbayer der Stadt Gürlitz und die Seniorenunion immer aktiv unterstützt und auch Hinweise und Ratschläge gegeben, wie wir eventuell eine bessere Arbeit für die Senioren der Stadt Gürlitz durchführen können. Ich freue mich, dass er sich zur Verfügung stellt als Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl hier in der Stadt Gürlitz. Ich wünsche Ihnen dazu viel Gesundheit, Schaffungskraft und ein großes Durchhaltevermögen in seiner eventuell zünftigen Arbeit als Oberbürgermeister, Wenn er denn gewählt wird, dazu alles Gute und eine gute Zusammenarbeit dann mit dem Stadtrat der Stadt Gürlitz.